Ein Grazer hat Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf einen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Der Mann erlitt eine Schnittwunde im Hals und Gesichtsbereich gab die Polizei erst am Montag bekannt. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat, er dürfte in einem dunkelfarbigen Skoda Fabia-Pkw-Kombi unterwegs sein. Die Fahndung über das Wochenende war negativ verlaufen. Polizisten der Inspektion Andritz wurden am Freitag gegen 22 Uhr in die Schönbrunnergasse gerufen. Die Frau des Opfers hatte via Polizeinotruf die Einsatzkräfte verständigt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 43-jährige Grazer kurz vor 22 Uhr mit seiner Axt und zwei Messern auf sein Opfer losgegangen sein. Der 59-Jährige trug dadurch eine Stich- und Schnittverletzung im Bereich seines Kopfes bzw. Hals davon. Die Rettung transportierte ihn ins LKH Graz. Dort wurde er ambulant behandelt. Die Beamten stellten am Tatort die mutmaßlichen Waffen des Verdächtigen sicher. Weitere Ermittlungen des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Graz erhärtete den Verdacht, dass der 43-Jährige seinen Bekannten vorsätzlich angegriffen hatte. Bezüglich Motiv gab es vorerst keine Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme wegen Verdachts des versuchten Mordes an. Er konnte mit seinem PKW mit dem Grazer Kennzeichen auf der Flucht sein. Der Mann besitzt ein rechtmäßig auf ihn registriertes Gewehr, allerdings ist nicht gesichert, ob er dieses bei sich hat. Die Polizei ersucht um Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen.